Willkommen bei Ich Rauche in Echt, mein Name ist Robert und das hier ist der Herr Bischop und den schauen wir uns jetzt mal näher an. Bischop, MTL, RTA, Kooperation zwischen Ambition Mods und The Vaping Gentleman Club, das heißt Kooperation zwischen China und Italien. Designed in Italien, produziert in China darum auch der relativ angenehme Preis von in etwa 50 Euro. Hier ist das Teil, 22 Millimeter im Durchmesser, unschwer zu erkennen hier die schwarze Version, 2 Milliliter beziehungsweise 4 Milliliter Version gibt es hier, ich habe jetzt eben hier die 4 Milliliter, die ist natürlich ein bisschen höher als die 2 Milliliter. 1,2 Millimeter R-Pins sind hier vorinstalliert, zeigt das dann noch genauer her, wie das hier geht, hier auf dieser Seite und hier auf der gegenüberliegenden Seite sind R-Pin-Möglichkeiten. Mit dazu kommt noch, hier haben wir mal die 0,8 Millimeter, deswegen leer, weil hier drinnen verbaut, hier haben wir noch 1 Millimeter Pins und einen Blinden, das heißt der hat natürlich dann keine Funktion, außer, dass er eben eine Seite hier abdeckt, somit hat man dann nur noch über eine Seite hier den Luftzugang. Klingt jetzt irgendwie bekannt, so ein System oder, wo seitlich hier links und rechts hier einfach mal so die Luft zur Coil kommt und ähnlich aufgebaut ist er auch, wie jetzt zum Beispiel der Flashy Vapor. Nur grundsätzlich, dass man jetzt mal weiß, mit wem man das Teilchen hier vielleicht vergleichen kann, muss man jetzt aber sagen, ist natürlich schon ein recht harter Konkurrent, oder? Flashy Vapor ist schon seit Jahren sehr etabliert und für viele das, also Nonplusultra überhaupt im MTL-Bereich. Jetzt haben wir hier einen Verdampfer, der zumindest von der Grundidee ähnlich aufgebaut ist. Natürlich kommen dann diese Vergleiche und ja, auch ich werde diese Vergleiche am Ende ziehen. Bleiben wir aber jetzt eben hier beim Bishop. Wir haben hier oben ein 5-10er Triptip, das am Anfang sehr fest sitzt, dann immer wieder besser geht. Ja, ich habe hier nach wie vor noch kein Liquid da drauf, dann geht es natürlich noch besser. Man sieht hier eben die beiden O-Ringe. Kann man natürlich wie immer auch eigenes Triptip hier verwenden. Im Prinzip besteht dieses Teil mal abgesehen natürlich von den Verschraubungen und so aus grob drei Teilen. Man kann das hier mal aufschrauben. 1, 2 und 3. Damit meine ich jetzt, wir haben hier das Tankglas. Kommt im Übrigen auch noch ein zweites mit. Das heißt, ich habe ja eben hier die schwarze Variante. Ein dunkles und ein helles. Kann man natürlich dann aussuchen, welche man verwenden möchte. Es ist ein Bottom-Filler. Das heißt, in diesem Zustand wird das Ganze hier dann letztlich befüllt. Achtung, ist mir passiert. Ich halte das hier so und bitte achtet darauf, dass hier nicht zu viel Druck hier auf dieses Glas hier ausübt. Denn ansonsten sitzt das hier nicht perfekt und natürlich ist es dann hier unten, respektive oben undicht. Also, an sich eine ganz tolle Geschichte, Bottom-Fill. Nicht mein Favorit, aber das hier funktioniert sehr gut. Ihr habt hier auch wirklich reichlich Platz. Also, hier ist wirklich schöner Raum für große Flaschen. Egal, mit welchen ihr da jetzt rankommt. Einfach hier gerade halten, von oben dann befüllen. Muss ich dann ohnehin nochmal machen. Und dann hier einfach diese Seite hier aufschrauben. Dann ist das Ganze hier fertig befüllt. Nur sind wir jetzt noch nicht am Deck. Und da schauen wir jetzt mal da drauf. Vorher aber noch hier unten, den 5-10er zeige ich noch her. Weit genug heraus, wie man hier sieht, um ihn auch auf einer Mech-Tube oder Mech-Box zu verwenden. Und auch mit Seriennummer hier versehen, die ganze Geschichte. Aber jetzt eben zum Deck. Und zum Deck, einfach nur fürs Herzeigen, schraube ich es jetzt hier mal auf einen Verdampfer, der gar nicht einmal so gut dazu passt. Einfach unten abziehen. Unten abziehen und da ist jetzt hier das Deck. Hier im Übrigen, das ist jetzt bei schwarz. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, man erkennt es. Ja, so sieht man es ganz gut. Diese Vorsprünge hier. Das hier sind diese Air-Pins. Die super leicht ein- und auszubauen sind. Einfach nur hineingreifen. Und dagegen drücken. Und schon hat man diesen Pin hier in der Hand. Dann eben den gewünschten hier wieder einsetzen. Und hineindrücken. Nicht schrauben, gar nicht irgendwie mehr herumtun. Nur gut, sitzen sollte halt da drinnen. Raus und wieder rein. Gut sitzen sollte er halt, also schön hineindrücken. Und damit ist die Sache hier erledigt. Hier auf der Seite, hier und hier, ist der Liquid-Zugang. Da muss man sich über nichts Gedanken machen. Nachfluss ist hier ausreichend über diese kleinen Öffnungen möglich. Endgültig jetzt aber zum Deck. Hier meine wunderschöne Wicklung da drauf. Die lasse ich jetzt aber hier da drinnen, weil sie wirklich sehr schön und gut ist. Also, was erkennen wir hier? Einerseits zwei Kreuzschrauben. Zwei Kreuzschrauben jetzt nicht komplett parallel so sitzen, sondern so schräg versetzt. Hier und hier sitzt dann letztlich die Watte auf. Das heißt, beim Keul einbauen, sehr, sehr einfach. Einfach hier die Wickelhilfe mit der Keul hier so draufsetzen. Ich rate, möglichst weit nach unten zu drücken und dann links und rechts hier zu verschrauben. Funktioniert sehr, sehr schnell. Also, hier der Einbau, was weiß ich, alles zusammen unter fünf Minuten bist du hier fertig mit der kompletten Keul und der Warteverlegung. Eines ist aber wichtig, das musste ich erst herausfinden. Hier geht es schon auch um Millimeter und vielleicht sogar weniger. Ich spreche nicht vom Geschmack, spreche nicht vom Flash. Ich spreche davon, dass ich, wenn ich dieses Teilchen hier mit der 0,8 Millimeter Schrauben, ist mir nur bei denen passiert eigentlich, also Schrauben, diese R-Pins, verwendet habe, dann hätte ich damit ein Fußballspiel leiten können, weil er gepfiffen hat wie ein Sautrottel. Letztlich habe ich es dann bemerkt, es ist hier wirklich wichtig, die Höhe dieser Keul. Ist die minimal zu hoch? Ich habe es nur bei zu hoch erlebt zumindest. Pfeift er wie ein Trottel. Wie gesagt, hatte ich nur bei den 0,8 Millimeter Pins, bei den anderen nicht. Ja, mittlerweile habe ich halt einfach durch Übungen herausgefunden, wo diese 0,01 Millimeter zu viel oder zu wenig sind und wenn nicht, ja, dann drücke ich hier halt danach nochmal hier die Keul ein bisschen dann zurecht, meistens weiter runter und die Geschichte ist erledigt. Gut, der Tank hier hält im Übrigen nur hier mit diesen Ohrringen. Das heißt, nur aufgesteckt, nicht aufgeschraubt. Die Steckrichtung ist vorgegeben. Man kann es hier eigentlich nicht falsch raufgeben. Einerseits haben wir hier diese Grundform erinnert jetzt ein bisschen an, jetzt fällt einmal nicht ein, jetzt fällt einmal nicht ein, Kaifun, Kaifun Prime, ja, Leid nicht, Kaifun Prime, der jetzt hier die Airflow dementsprechend einzustellen hatte, dass das genau hier in diese Form hier einrasten musste. Ja, genau das gleiche habe ich jetzt im Prinzip hier auch, diese Form muss natürlich hier da drüber passen und, wie gesagt, hier ist Watte, hier ist Watte, also ist ganz klar, dass hier nicht die Airflow Pins, die Pins da hinzeigen sollen, sondern eben die Liquidlöcher genau über der Watte liegen müssen. Ist das der Fall? Muss ich mal selber schauen, wie rum, so rum, einfach aufstecken, dann geht der hier sehr leicht zu. So, doch leicht zu. Einfach eben dann zudrücken und die Geschichte ist fertig und vor allem, es ist dicht. Jeder Ohrring, den ich hier erlebt habe, ist dicht. Da sifft nichts, da gibt es überhaupt keine Probleme. Und jetzt machen wir hier mal die Watte rein. Dazu kommt er jetzt auf den von mir bevorzugten Akkuträger. Auch deswegen, weil der andere seinem Namen nicht gerecht wurde und eben keinen Akku drinnen hatte. Der hier hat einen. Dann werden wir ihn einmal hier noch ausglühen. Fertig. Ja, da muss man sich keine Gedanken machen über irgendetwas. Einfach hier links und rechts abschneiden. Sogar noch bündiger, als ich es jetzt gerade getan habe. Ich werde es nur ein bisschen ausdünnen. Moment, da brauchen wir, ja, machen wir doch gleich mit dem hier. Ist ja völlig wurscht. Man erkennt dann auch gleich die Nachteile von einem Side-by-Side. Wenn es um die Watteverlegung geht, wenn man einfach nicht gescheit überall dazukommt, wo man dazukommen möchte. Jetzt der finale Schnitt. Einmal hier, einmal dort. Und das war's, Leute. Das war's. Liquid da oben drauf. Irgendwanns aussuchen da. Halloweenchen habe ich schon lange nicht mehr da drauf gehabt. Und jetzt können wir schon den Tank befüllen. Dann, wie gesagt, aufschrauben. Auch gesagt, darauf achten, dass das Glas hier wirklich hier da drauf ist. Ja, denn wenn das hier irgendwo nicht richtig sitzt, dann habt ihr schon eine Schweinerei beinand. Und wieder verschrauben. Fertig. Das ist es. Mehr muss man nicht bedenken, mehr muss man nicht machen. Und da ist er jetzt. Ja, hier schön auf dieser Side-by-Side gefällt mir ganz gut so diese Kombination. Jetzt geht es aber letztlich um, ja, meine Meinung von dem ganzen Teil. Und auch, wie gesagt, kurzer Vergleich mit dem Fläscheweper. Was ihr jetzt nicht gehört habt, das ist das Pfeifen. Also wenn dieser Coil richtig sitzt, pfeift nichts. Wann er natürlich auch pfeifen kann, ist, wenn diese R-Pins nicht gut genug eingesetzt sind. Das ist mir auch mal nicht passiert. Ihr wollt es wissen. Und ja, auch dann kann er natürlich pfeifen, aber ist ja nichts in der Sache. Die sollen natürlich schon richtig gut hereingesteckt werden. Hinein, nicht herein. Hineingesteckt. So. Ansonsten. Er performt. Er ist wirklich dicht. Die Ohrringe sind perfekt. Auch im Sinne von, ich bekomme es gut wieder auseinander. Kann es gut zusammenstecken. Und in der Hosentasche passiert nichts. Da ist er mal nicht wirklich auseinandergegangen. Habe ihn jetzt gerne und eher bewusst auch mal in Taschen so gesteckt. Weil ich da schon wissen wollte, ob das hier oben gut genug sitzt. Sitzt definitiv gut. Ich schaue auch mal immer wieder hier auf den Schummelzettel. Schnell zu wickeln. Sehr schnell und sehr einfach zu wickeln. Und wie ich finde, für Anfänger wahnsinnig geeignet. Ganz normaler Runddraht. Ja. Keul bauen. Links und rechts verschrauben. Die Watteverlegung. Einfach durchziehen. Abschneiden. Fertig. Da muss man nicht mit Wattetaschen irgendwie vielleicht zu viel stopfen. Oder dann doch zu wenig. Und dann rinnt ihr euch aus. Gar nichts. Rauflegen. Zudrücken. Und das Ding läuft. Ja. Nachfluss. Er funktioniert. Ich brauche hier keine Schräubchen oder Liquid. Liquid Schrauben da drinnen. Es funktioniert auf ganz einfachem Wege. Und er ist ja ein reiner MTLer. Dafür auf jeden Fall ausreichend. Ja. Der Vergleich mit Fläscheweper. Kommt. Muss kommen. Was ist der große Unterschied zum Fläscheweper? Ihr habt das Deck gesehen. Und wenn ihr den Fläscheweper vor eurem geistigen Auge habt. Da habt ihr natürlich die Möglichkeit. Viel mehr mit der Coilposition zu spielen. Manche legen es gerne in Richtung der Luftzufuhr. Also wirklich nach vorne hinziehen. Manche noch weiter rauf. Manche weiter runter. Hier ist man natürlich eingeschränkter. Das mag jetzt für Fläscheweper-Fans ein großer Nachteil sein. Weil ich eben hier nicht spielen kann damit. Aber für wen ist der Vorteil? Für alle Anfänger. Für alle die neu mit dem Wickeln beginnen wollen. Ich habe hier weniger Möglichkeiten. Dafür aber bin ich hier auf einer sichereren Schiene. Und kann als Anfänger hier leichter damit zurechtkommen. Sicherlich ist er nicht gebaut für große Drahtgeflechte. Für irgendwas Kompliziertes. Nicht weil er die Performance nicht bringen würde. Sondern weil das Deck relativ klein ist. Kamin und Glocke drinnen relativ eng sind. Gut für den Geschmack. Nachteil. Große komplizierte Custom Coils. Die man aber im MTL-Bereich ohnehin seltener verwendet. Passen hier weniger rein. Ansonsten flacher Draht, Runddraht. Das passt hier alles. Und das ist schon wunderbar. Aber ich würde mir jetzt hier keine großartigen Custom Coils zulegen. Wenn ich den hier verwenden möchte. Ansonsten. Bottomfill ist natürlich jetzt nie mein großer Favorit. Wird es auch nicht werden. Aber es funktioniert. Wenn man hier Acht gibt. Habe ich es auch schon erzählt. Dass das Glas hier wirklich gut oben drinnen sitzt. Sonst kann es selbstverständlich zu einer Sauerei kommen. Das waren aber auch die Vor- und Nachteile. Vom Geschmack her. Alles was Tabaknote ist. Ist absolut top. Wirklich top. Alles was süß ist. Kuchig ist. Süß fruchtig ist. Ist sehr 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 gut. Kann ich Kühle richtig beurteilen. Ich mag sie ja nicht wirklich. Trotzdem habe ich es ausprobiert. Also da muss ich ehrlich sagen. Ist mir der Geschmack zu wenig gewesen. Auch bei normalen fruchtigen. War er mir jetzt eigentlich ein bisschen zu wenig. Das können andere Geräte für mich besser performen. Aber der Zufall will es. Dass ich am meisten Tabak. Beziehungsweise noch viel öfter als Tabak. Süßes Liquid dampfe. Und da ist der geschmacklich ganz ganz vorne. Der Preis ist natürlich ein großer Vorteil. Wenn ich sage. Designed in Italien. Und letztlich halt dann eben gebaut. In Asien. Also in China. Und somit natürlich ist dann auch der Preis von 50 Euro realisierbar. Vielmehr fällt mir jetzt aber auch nicht mehr ein. Ich habe auch nichts weggelassen. Wenn ich mir mein Zettelchen hier anschaue. Die Optik muss euch zusagen. Vielleicht gibt es den jetzt auch schon bei euch beim Offliner. Schaut vorbei. Schaut vorbei. Testet ihn mal zumindest. Ja. Schaut ihn mal aus der Nähe an. Das große. Der große Vorteil ist natürlich. In dieser Preisklasse sind Fehlkäufe letztlich entschuldbarer für einen selber. als wenn ich heute jetzt ein Teil um 200 Euro kaufe. Ja. Also hier kann man vielleicht mehr Risiko eingehen und sagen. Okay. Sieht interessant aus. Hat er ähnliche Performance. Wie bei mir aus ein Flashy Vapor. Testen wir ihn mal. Eingefleischte Flashy Fans werden wahrscheinlich trotzdem sagen. Der Flashy ist an der Nummer 1. Ist er wahrscheinlich auch. Nicht weil der hier schlecht ist. Ist er auch. Weil er mehr Möglichkeiten bietet. Ja. Schon deswegen alleine wäre mir der Flashy vom Geschmack. Ich meine jetzt nicht vom Dampfgeschmack. Sondern vom Geschmack den man halt so hat als Dampfer. Lieber als der Bischof. Teste ich aber gern durch. Und das mache ich ja. Und ich probiere ja verschiedenste Geräte. Kann ich trotzdem hier keinen wirklichen Nachteil herausfinden. Gerade kleine Kammer. Kleine Glocke. Guter Geschmack. Das bringt er mir heute hier. Wollt ihr unbedingt, dass die Luft von unten zur Keul kommt. Vergesst er. Es geht nicht. Der ist eben hier seitlich. Diese Luftzufuhr. Aber aufgrund von diesen Air Pins. Die Pins führen die Luft direkt zur Keul. Da verliert sich unterwegs nichts. Mal hier aufmachen. Um es jetzt nochmal hier deutlich zu machen. Ihr seht hoffentlich hier diese Pins links und rechts. Die enden direkt bei der Keul. Das möchte ich jetzt damit sagen. Ihr verliert hier nicht die Luft irgendwo in der Kammer. Sondern die geht genau über die Keul. Dann durch den Kamin zu euch. Und das garantiert einen guten Geschmack. Wie gesagt bei Süßem und Tabakhaltigem. Warum das bei Fruchtigem dann jetzt nicht so performt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob das jetzt objektiv ist. Es ist halt in meinem Geschmackssinn. Ist es so. Geschmäcker sind halt zum Glück verschieden. Vielleicht sagen andere. Okay beim Tabak ist er vielleicht nichts für mich. Aber glaube ich nicht. Dafür ist er eher ausgelegt. Für solche Sachen ist er eher gebaut. Und da sticht er sehr positiv hervor. Das war es aber jetzt tatsächlich zum Bischof. Genug Bischof jetzt hier gehabt für einen Tag. Wem das Video gefallen hat. Abo abschließen. Like da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.